Heute sagt Dina zu euch, hallo, ne? Sag mal hallo. Oh, der ist gerade von Backwerk was kaufen gegangen. Wir sind übrigens in Kalk. Und heute ist unser Jahrestag. Wir sind jetzt mit Adet vier Jahre zusammen. Und ja, wir wollten ein bisschen rausgehen, spazieren, Eis essen. Und Dina hat Backwerk gesehen. Was hast du gesagt, als du Backwerk gesehen hast? Mama? Irgendwie sie Kaugummi kaut. Leute, Lina kaut so gut Kaugummi. Also sie verschluckt sich nicht, wenn sie keinen Bock mehr hat, spuckt sie das einfach aus. Na, Linuch? Bye. Sagst du bye? Na, na, na. Aber du musst es auf dich halten, so. Wie geht's? Back? Kameraya back? Boah, schaut mal, diese Wimpern. Wow. Ja, ich habe mein neues Oberteil an. Ihr seht das bestimmt, wenn Auden mich gleich filmt oder so. Na, na, na. Na, na, na. Ja. Ja. Ja, aber dann meinte er, er wollte mir gestern Blumen mitbringen für den Jahrestag, aber er hat keine schönen gefunden. Ja. So hat er keine mitgebracht, deswegen gehen wir heute raus. Na, 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 na. Mal schauen. Na, 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 na. Wir fahren auf jeden Fall in die Arkaden, weil es regnet in Strömen hier in Köln. Lina, sollen wir kurz Tschüss sagen? Hadi, bye, ja. Bye. Hadi, bye, ja. Na, 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 na. Sag bis gleich. Hadi, bye, bye. Bis gleich. Na, 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 na. Oh, Mama? Ah, Papa, Mama, Mama, geht's für das Sonnenwerk? Mama? So, wir sind jetzt da. Was geht ab, Leute? Wie geht's euch? So, ihr wisst schon, heute sind wir seit vier Jahren, also genau vier Jahre zusammen. Also natürlich, früher waren wir auch zusammen, aber dann hatten wir ein bisschen Streitprobleme und so. Das haben wir nicht mitgezählt. Ja. Und wir wollten uns heute einen schönen Tag machen. Ich muss auch später um 17 Uhr, also sorry, um 19 Uhr arbeiten. Ja, vorher wollten wir ein bisschen chillen. Und so weit. Also gerannt, nicht dagegen gepustet. Und so weit. Das ist mir. Wir haben ernst. Geh. Geh. Guck mal, ohne Skibo ist alles ein Angebot. Echt? Nein, 15 Euro. Skibo. Ich habe für 6,99 oder so gekocht. Guck mal, wie teuer, Schatz. Eine Dose Knete kostet 1,99. Teuer. Nein, das ist so schwierig. Ich habe keine Heide. Ich habe keine Heide. Schatz. 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 Thema Athletik. The Methodist. Schatz. Garry. Schatz. Und? Alles dicht? Vieler mal. Was wollt schnell? Ganz in die Bremse. Alle drin sind. Sollen wir dann doch lieber die hier? Ich weiß nicht, ob sie tropft. Auslaufsicheres und leichtes gängiges Spezialventil. Also das läuft nicht aus. Lina. 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 Kamera. Lina. Kamera. 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 practorskummer Platz absolute. Wer macht dann? Kulan Du denkst nur an Essen wieder Anna Ja Willst du nicht mehr? Ich glaube ich nehme das Wenn das ausläuft sichert Lena, möchtest du das? Ja? Findest du das schön? Es gibt keine andere Farbe Wie hieß das nochmal dieses Pinguin auf Kurdisch? Batrik Du musst meinen Batrik So ihr Lieben, wir sind jetzt zu Hause Aber dann hat zum Valentinstag Zum vierten Jahrestag Jetzt hier dieses Spiel bekommen Einmal Call of Duty Infinity Rarefair Und Das untere Spiel, das kann man einfach kostenlos Downloaden Ich habe eine Rose bekommen Ich weiß, voll viel Es müssen nicht große Geschenke sein Ich wollte nicht mal die Rose haben Ehrlich gesagt Ich war neben ihm als er mir die gekauft hat Wozu? Also Der größte Beweis Es gibt Sachen, die sind schöner als wie Geschenke Zum Beispiel Wörter, Gesten Von daher Ist mir das wurscht Aber ich denke mal die meisten von euch denken auch so Lena hat diese Flasche bekommen Na 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 Ok Lena, wir zeigen das Bruno Gösters So, das ist Linas neue Flasche Die ist von Babylaw Dann haben wir hier bei dm noch Wattestäbchen gekauft Ich habe diesmal die geholt Die sahen voll süß aus Dann haben wir ganz unspektakulär Klopapier Wir hatten nur noch eine Rolle da Dann habe ich wieder Rasierer gebraucht Hoffentlich nicht mehr lange Na 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 Ja Lena, aber ich wollte das auch alles zeigen Die Dimmel Zeig mal abricht So, alles gut So, dann hat Wartemaus Weckle Zeig sie dein Ding ins Guck mal hier Das ist Linas Shampoo Für die, die es noch nicht wissen Rina riecht immer nach diesem Shampoo Und es riecht super super lecker Ist auch vegan Und einmal eine fette Packung Freustücher von Pampers Na 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 Jaaa Jaaa Na 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 Wir müssen gucken Ich hab jetzt ganz normalen Nudeln mit Tomatenmark gemacht Ganz einfach Ja. So, wir sind alle bei Tazara und ich wachse hier ein bisschen. Schatz, wie viel kostet der nochmal? 100, ne? Wow, wir müssen die Feuer werden. Die Feuer werden nicht mehr verletzt. Die Feuer werden nicht mehr verletzt. Vorsicht, Dina ist hinter dir. Steht doch dran Schatz! Steht dran! So, wir suchen jetzt, Dina, hier diese Förmchen für Knete, aber ich finde gerade keine. Was ist denn das für eine Maschine? Ah, hier. Aber für 20 Euro mit Knete, Knete brauchen wir ja nicht mehr. Aber das ist ja cool, das ist direkt mit so einem Tisch. Seid ihr das? Was gibt's denn noch? Oder direkt sowas hier? Wie viel kostet denn das? Steht auch kein Preis dran. Das ist ja cool. Das kenn ich noch aus meiner Kindheit. Merkst du, Baba? Hä? Dina, ich hab hier nichts gefunden. Komm, wir schauen mal weiter, was es noch so gibt. Das ist alles im Sale. Das hast du schon zu Hause, Maus. Das hast du doch schon zu Hause. Na? Ja, das ist eine Lokomotive. Was gibt's denn hier? Ja, wir sind hier. Hier, na? Ich guck nur. Ja, die will irgendwas, womit die steuern kann. Also, Schatz, warum soll ich auch nicht schon mal Knete holen? Du hast genug Knete zu Hause. Wir haben 10 Euro. Ist doch schade, wenn wir so viele Knete zu Hause rumliegen haben. Ja, ja, gibt's aber nicht. Es gibt nur mit Knete. Und ich will nicht noch mehr geklebt zu Hause. Gefällt dir das? Ja. Voll schön. Nina, wie findest du das? Du Gesäme? Willst du mit dem Tisch spielen? Ja. Okay. So. Da kann man sich drauf gehen. Hier auf dem Stuhl. Guck mal hier. Hier, Nina. Oh, der ist Schrott. Guck mal hier. Jo. 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 Nicht Jo. So. 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 Weißt, wofür das schön ist, wenn sie irgendwann ihr Kinderzimmer auch schon aufiste thumbt. So. 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 It's just what I do when I'm out, so Try not to hold me down Feel alive when I'm in this town Look at the beautiful stars I wanna drive a faster car Nothing can break me No, no, nothing can break me Try not to hold me down Feel alive when I'm in this town Look at the beautiful stars I wanna take a trip to Mars Nothing can break me No, no, nothing can break me Look at the beautiful stars I wanna drive a faster car I'm gonna be myself I'm gonna be someone else I'm gonna be myself I'm gonna be someone else I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes I'm gonna be myself I'm gonna be someone else I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town Look at those beautiful stars, I wanna drive a faster car Nothing can break me, no no, nothing can break me Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town Look at those beautiful stars, I wanna take a trip to Mars Nothing can break me, no no, nothing can break me How are you doing? How are you doing? Meow Nina, meow then? Meow Have you heard that meow from you? Look at that meow Huh? Meow Meow Nomi So, this is so beautiful That's so beautiful I'm gonna go I'm gonna go I'm gonna go Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Wir haben noch 10 Minuten. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Listen up, I am down tonight But there's just one thing I need to wrap my head around, yeah I don't know if I can take another date and end up By myself, make a move, it's time for you to step up Yeah, it's now or never Tonight better be the night That we'll remember Until we're in the ground The thing that both of us can talk about When we're always together like it is Our first kiss Can't wait forever For you to take your time I can't afford to take it slow tonight Wanna talk about the weather And the new it is Our first kiss Not gonna force you But I will slap you if you leave me dry Don't be so gentle All the time All the time Together like it is Our first kiss Can't wait forever For you to take your time I can't afford to take it slow tonight Wanna talk about the weather Let's do this Our first kiss Our first kiss Our first kiss You gotta know that I'm into you, babe Can't you see how we are always together? Hey, I know you're nervous But don't talk about the weather Just kiss me whenever This is more tedious than New Year's And the ball drop Light the fuse Light the fuse and let the firework jump start And then you'll see what the fuzz is about, huh? Yes, tonight Night 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 All we need is to get to first base So don't you run away I want you to stay Don't you see what we could be? But we'll remember Until we're in the ground The thing that both of us should talk about